hallo und herzlich willkommen zum war wednesday wir spielen mal wieder spiel modern war call of duty modern warfare 2 der nächsten mission spiel fortsetzen jawohl dann hören wir mal was wir da machen müssen die russen müssen das acs erlangt haben das ist der schlüssel zu jedem schloss in amerika und sie schlagen für jeden toten zivilisten in moskau tausendfach zurück wir haben wohl keine freunde ich kenne jemanden suchen wir eine telefonzelle gibt's die noch wir haben nur aus rachas rausgekriegt dass makarov feind nummer eins in einem gulag sitzt wenn der psychopath auf den schwindel reinfällt knüpfen wir ihn am nächsten baum aus so wir sind oben in ok mein freund bin auf dem weg alle bereit machen Wow, ups, das war einer. Jetzt geht es gleich richtig, oh, es ist mein Lieber. Das war's für heute. zu tun Noch ein Fahrzeug, ausschalten! Schmeiß mal noch einen, ich traf hier einen. Schmeiß mal noch einen. dann tun wir euch auch kack geschossen oder nicht Was ist das Ziel? Da schießt doch einer. Sie sind beim Automat! Habt sie erpasst! Sie sind beim Brüch! Sie kommen auf der Brüch! Aufdeckung! Mann am Boden! Jutau! Der Wider! Komm her! Aufdeckung! 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 Ah! Aufdeckung! Aufdeckung! mal Ich bin schmiedig, ich bin schmiedig. Was ist denn die Schieger? Voll geil, Scheidung gar nicht! Aaaaaaah Gut so Ich hab dann noch die richtigen getroffen Meine Nase juckt Ok, weiter gehts Ich hab die Töne nicht aufgelaufen Der ist dahinter nicht Oh. 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 Ah. Muss ich da rein rein rein, wo ich schieße? Kann doch nicht sein. Kann doch das noch keine Kekuner halten. Oh. 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 wir haben einen verloren es wird auf dem wahnkletterer gute maschine es wird auf dem wahnkletterer Das war's für heute. Da. Das wird nicht reichen. Noch mehr Feinde nähern sich dem Markt. Schneller! Bewegung! Zu gefährlich! Wir werden die Landung nicht überleben! Nikolai, abruf! Abruf! Er kommt bei der Ausweichsale in Drohne. Los! Okay, wir treffen uns dort! Wir flüssen! Los! Wir müssen auf die Dächer! Hier lang! Wir könnten aber noch ein bisschen mit Zierungen gehen. Das war wohl very nice. Very, very nice. Von hier oben sieht es so aus, als wollte das ganze Dorf sie umbringen. Ich könnte kein Zeichen. Ich schieb mich hoch, Leute! Hm. Warum das? Roach! Roach! Aufwachen! Roach! Wir können sie vom Helikopter aussehen! Sie nähern sich jenen und es sind Dutzende! Roach! Es sind zu viele! Verdammt noch mal raus da und auf die Dächer! Bewegung! Verheilung! Rauf auf die Dächer! Roach! Wir haben gehalten das Gebiet, aber ich sehe sie mich! Wir müssen auf die Dächer! Geh der Schauf, geh der Schauf, geh der Schauf! Geh der Schauf, geh der Schauf! Ich sehe sie, Roach! Springen sie auf die Dächer! Wir treffen uns südlich von ihrer Position! Los! Ich bin so gut! Wir sind noch Treibstoff, muss in 30 Sekunden los! Roach! Der Treibstoff ist knapp! Sie haben 30 Sekunden! Beheilung! Rech der Schauf, rech der Schauf, rech der Schauf! Links! Nach links und runter springen! Na los! Springen! Springen! ich denke mal das war die mission für heute und ich würde mich freuen warum es dabei geht macht den drecks fernseher aus mein sonderkommando ist außer landes ich übernehme ihre einheit sachen folie ja sehr zu befehl ich habe ein striker von der 8 panzer division anny badger ist ein fieses teil damit kommen sie rein die russen knacken unserer verteidigung und unsere daten diese ecke dürfen sie nicht kriegen werden sie nicht zeigen sie es mir auf der karte so das war es uns heute wo hier unten sieht man schon dass schon sehr viel los also haben wir sehen wie es beim nächsten mal aussieht ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal rüber seid bis dann für euch viel spaß wo wir sehen tschau tschau